Hallo, liebe Lovenfans! Heute bringe ich euch ein bisschen was aus meiner Muttersprache, Spanisch. Ich sage die Worte erst auf Deutsch und dann auf Spanisch. Und ihr dürft zu Hause gerne mitmachen. Viel Spaß! Beginnen wir mit dem Grundladen. Hallo! Hallo! Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's gut? Mir geht es gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin Gedeon. 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 Wie geht's gut? Wie geht's gut? Entschuldigung. Können Sie mir helfen? Perdona, ¿me pueden ayudar? Entschuldigung. Perdona. Können Sie, puede? Mir helfen, ayudarme. Wie kommen ich zu SP Arena? ¿Cómo voy al SP Arena? Wie kommen? ¿Cómo voy? Ich zu SP Arena. Weiter geht's. Jetzt bringe ich euch ein paar Handball-Vokabel auf Spanisch. Handball. Ballonmano. Ich spiele Handball. Yo juego Ballonmano. Ich spiele. Yo juego. Tor. Gol. Ein Tor werfen. Marcar un gol. Ich bin Kreislaufer. Yo soy Pivote. Ich bin. Yo soy. Kreislaufer. Pivote. Am Liste spiele ich in der Abwehr. Me gusta jugar en la Defensa. Aber... Defensa. Die Renekaloven sind das beste Team der Welt. Los Renekaloven ist el mejor equipo del Mundo. Beste Team. Mejor equipo. Auf der Welt. In der Welt. In der Welt zu tun. In der Welt. In der Welt. Das war's. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Und bis bald. Tschüss. Adios.